Ich liebe diese Sendung. Es gibt viel zu wenig Talkshows. Finden Sie nicht auch? Ich finde, es gibt viel zu wenig Liebe auf der Welt. Wer ist dieser hässliche Mann da? Herr Frosch mit der Maske, Sie haben, wie ich finde, ziemlich vollmundig angekündigt, die Öffentlichkeit heute über die wahre Identität des Mannes aufzuklären, der nun schon seit Monaten ganz London in Angst und Schrecken versetzt. Nämlich die des Wichsers. Ich habe lange genug geschwiegen. Heute packe ich aus. Und zwar alles. Auf der anderen Seite, haben Sie denn gar keine Angst vor der Rache des Wichsers? Oder, dass Sie mit der plötzlichen Popularität nicht klarkommen, dass Sie abheben, dass Sie an falsche Freunde geraten, die Sie zu Nacktfotos verleiten, die wiederum Ihrer Karriere schaden, sodass Sie nur noch bei Dorffesten und Baumarkteröffnungen auftreten, woraufhin Sie zu Drogen greifen und eines Tages tot in Ihrem Hotelzimmer aufgefunden werden. Erstickt an Ihrem eigenen Erbrochenen. Ach, das ist mir alles egal. Ich weiß, wer der Wichser ist. Und heute soll es die ganze Welt erfahren. Der Wichser ist niemand anderer als... Tragisch. Und das auf dem Höhepunkt deiner Karriere. Chief Inspector Longer, du Miserversager. Du wirst mich niemals kriegen, aber ich krieg dich. Ich bin der Wichser. Ich trage tausend Masken. Ich bin überall und nirgendwo. Oh. Ha, 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 ha. Untertitelung. BR 2018